Hellwerk Sport! Hellwerk Sport! Hellwerk Sport! Wir sind Hellwerk Sport. Uns gibt es jetzt schon 14 Jahre, also gegründet im Januar 2005. Und unser Verein setzt sich aus verschiedenen Sparten zusammen. Gerade im Fußball ist es eigentlich völlig egal, mit wem man zusammenspielt. Wichtig ist, dass der Team an erster Stelle steht. Und das kann man hier beim Hellwerk Sport Team genau erkennen. Besonders auszeichnet in Sachen Inklusion. Das heißt, man sieht oder man kann genau sehen, wie Leute mit einigen Beeinträchtigungen hier trotzdem Spaß an der ganzen Sache haben. Wir gehen aber dann wieder an die